Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Strafrechtsprofessor prangert Frühsexualisierung an. Der bekannte Strafrechtsprofessor Dr. Martin Kilias ist ständiger Gastprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität St. Gallen. In einem Kurzugutachten nahm er zu Unterrichtsmaterialien aus der Sexbox für Kindergärten und Primarschulen der Stadt Basel Stellung. Nach einer Übungsanleitung aus diesem Lehrmaterial soll ein Kind auf dem Boden liegen und mit einem Leintuch zugedeckt werden. Die anderen Kinder dürfen es nun an allen Körperteilen berühren und diese benennen. Wenn nun in einer solchen Übung die Geschlechtsteile bei Kindern ab vier Jahren berührt würden, so der Strafrechtsprofessor, wäre der strafrechtliche Fall der Nötigung zu einer sexuellen Handlung gegeben, vorausgesetzt die Lehrperson verlangt von den Kindern eine solche Handlung. In diesem Fall wäre die Lehrperson der Täter und nicht das berührende Kind. Weiter fragt sich Kilias, ob dieses trainierte Durchbrechen der Schamgefühle die Kinder nicht eher für sexuelle Übergriffe anfällig macht, anstatt sie durch Stärkung ihrer inneren Abwehrkräfte davor zu schützen. Dieses Gutachten von Prof. Kilias und seine Kommentierung unterstreichen die dringende Notwendigkeit, sich aktiv für den Schutz der Kinder vor der Frühsexualisierung einzusetzen. Dennoch kann der in den Schulen anrollenden Sexualisierungswelle Einhalt geboten werden. In der Schweiz wurde mit Erfolg die Initiative Schutz vor Sexualisierung in Kindergärten und Primarschulen eingereicht. Es kommt demnächst zur Volksabstimmung in der gesamten Schweiz. Die Initiative möchte durchsetzen, dass 1. Sexboxen oder ähnliches in Kindergärten und den ersten zwei Primarklassen nicht eingesetzt werden dürfen. Dass 2. Freiwilliger Sexualkundeunterricht mit dem Einverständnis der Eltern erst ab 9 Jahren möglich ist. Und dass 3. Obligatorischer Biologieunterricht über die menschliche Fortpflanzung und Entwicklung erst mit 12 Jahren erteilt werden darf. In Deutschland setzt sich der Verein Besorgte Eltern aktiv für den Schutz vor zunehmender Frühsexualisierung der Kinder ein. Mehr Infos dazu erhalten Sie auf www.besorgte-eltern.net Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es auch Ihnen ein Anliegen, die sensible Entwicklung der Kinder vor einer zu frühen Sexualisierung zu stoppen? Dann leiten Sie diese Sendung vor allem auch an alle Eltern und Lehrpersonen in Ihrem bekannten Kreis weiter. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in den nachfolgend aufgeführten Sendungen. Mit einem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung verabschiede ich mich und wünsche einen sinnvollen, erholsamen Abend. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder bei CLAR TV heute im Studio Heidelberg dabei sind. Uns erreichte ein Zeugenbericht einer Mutter mit dem Titel Kindgerechte Verführung. Sie schrieb uns. Vor ungefähr zwei Jahren schon bot der Lebensmittelriese Aldi ein Kinderbuch für Kleinkinder zum Kauf an. Ein Buch mit altersgerechten Texten und abwaschbaren Seiten. Titel Die Geburt. Zu sehen sind unter anderem Illustrationen über weibliche und männliche Geschlechtsorgane. Der Text dazu beschreibt, was Papa und Mama machen, damit ein Baby entstehen kann. Man mag es selber gar nicht aussprechen, doch im Buch wird die Beschreibung kindgerecht genannt. Dieses Buch, das für Kleinkinder produziert wurde, dient der Verführung unschuldiger Kinder, indem es ihre natürliche Entwicklung und Denkweise zerstört. Ist das die Zukunft, die wir uns für unsere Kinder und Kindeskinder wünschen? Verehrte Zuschauer, dieser Zeugenbericht reiht sich ein in unsere vielen Berichte der gezielten Frühsexualisierung von Kindern. Diese Beiträge können Sie sich unter der Rubrik Bildung ansehen. Wenn Sie, wie diese Mutter, auch der Meinung sind, dass die Art der Aufklärung die natürliche Entwicklung und Denkweise von unseren Kindern zerstört, dann schweigen Sie nicht. Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten darüber und helfen Sie mit, dass die Bevölkerung von diesen Dingen erfährt. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Napoleon Bonaparte. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Auf Wiedersehen. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den anderen Nachrichten. Heute dürfen wir Ihnen wieder einen neuen Sieg aus der Siegerecke mitteilen. Die Debatte um die Haltung der Grünen zur Pädophilie ist derart ins öffentliche Bewusstsein gerückt, dass nun auch andere Fälle bekannt werden. Die hessische FDP-Politikerin Dagmar Döring hat in den 80er Jahren die Legalisierung einvernehmlicher Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, genannt Pädophilie, unterstützt. Sie zog jetzt die Konsequenz daraus und trat von ihrer Bundestagskandidatur zurück. Mögen weitere Beispiele folgen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Auf Wiedersehen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer TV. Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.